Jede Familie hat gleich viele Legenden wie Geheimnisse. Die Legenden werden immer wieder erzählt, damit die Geheimnisse im Dunkeln bleiben. Marsha Tito, Anführer der Partisanenarmee und späterer Staatspräsident Jugoslawiens. Die hartnäckigste Legende in unserer Familie. Ich bin Adriana Alteras. Ich bin 1960 geboren, in Zagreb. Mittlerweile lebe ich in Berlin. Ich bin Schauspielerin oder ich führe Regie. Mein Vater Jakob, Spitzname Jakica, Partisanenheld, Frauenheld und Espresso-Konisseur. Mein Vater war eine Koryphäe, auf vielen Gebieten. Wie kann da eine Frau wieder stehen, mit diesen Augen und diesem Blick? Ich habe im Theater gelesen, die erste, die ein Autogramm will, sagt, ich habe 77 Schluss gemacht mit ihrem Vater. Wenn die 77 Schluss gemacht hat, wann hat sie angefangen? Meine Mutter Thea. Ehrendoktor, Workaholic, Kettenraucherin. Nach dem Krieg glühende Kommunistin, später leidenschaftliche Jüdin. Ja, die wurden zunehmend jüdischer. Ja, stündlich eigentlich im Alter. Meine Eltern, meine Dibbux. Dibbux sind die Geister der Verstorbenen, die einen nicht loslassen. Ich mache mich auf die Suche nach meinen Dibbux. Von Gießen über den Gardasee bis nach Split und Zagreb. Mein armer Großvater, Giger Fuhrmann. Er liegt hier ganz allein auf dem Friedhof, umzingelt von Christen. Und ich würde ihn gerne sozusagen umtopfen, weil ich finde, dass das hier irgendwie hat er auch keine Zukunft. Eine Reise der Befreiung, hat meine Astrologin Esther vorausgesagt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.